Hey, hallo! Hier ist Ronja und ich habe seit Ewigkeiten kein Q&A mehr gemacht. Falls ihr meinen Community-Post gesehen habt, wusstet ihr schon, dass das Video jetzt kommt. Und dann sind vielleicht auch einige Fragen von euch dabei. Ja, genau. Es gab, ich glaube, vor zwei Monaten oder so das letzte. Deswegen habe ich mir gedacht, wir setzen uns nochmal hin. Und bevor jetzt alle Kommentare kommen, Ronja, was zur Hölle hast du mit deinen Haaren gemacht? Ja, die sind jetzt pink. Es war ein Versehen. Es wäscht sich wahrscheinlich bald raus. Also, falls sich meine Haarfarbe in den nächsten Videos immer wieder ändert, wundert euch nicht. Hier habt ihr die Erklärung, warum. Frag Ronja, was war dein Traumberuf? Als kleines Kind wollte ich unbedingt, unbedingt Modedesigner werden, okay? Ich hatte diese Blöcke mit diesen, keine Ahnung, fertig gezeichneten Figuren, wo du denen so Klamotten anmalen kannst. Ich fand das super. Aber ich habe mir dann irgendwann keine Lust gehabt, diese Blöcke zu kaufen. Deswegen habe ich die Figuren selber durchgepaust, so am Fenster. Und dann hatte ich so einen unendlichen Vorrat davon. Und es war aber nicht so, dass ich die Einzige war. Also, ich hatte eine Gruppe in der Schule, mit denen wir das gemacht haben. Und wir waren alle so richtig, oh, nice. Und wir machen eine Zeitschrift und dann machen wir diese Figuren da rein. Das haben wir gemacht und es war furchtbar. Es war wirklich alles sehr, sehr hässlich. Keine Ahnung. Aber das hat dann zum Glück schnell aufgehört. Ja, und jetzt ist es nicht mehr mein Traumberuf. Frag Ronja, hast du Tops im echten Leben schon gesehen? Tatsächlich nicht. Also, ich habe Flo ein paar Mal getroffen, aber Tops noch nie. Wir wollten uns eigentlich, okay, ursprüngliche Planung. Eigentlich wollten wir uns auf der Gamescom treffen. Aber ich gehe dieses Jahr nicht zur Gamescom. Glaube ich. Also denke ich. Habe ich jedenfalls nicht geplant. Von daher fällt das ins Wasser. Das heißt, ich sehe wahrscheinlich Tops nie. Nein, keine Ahnung. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Hi Ronja, hier ist eine Frage für Frag Ronja. Bist du eher der Naturmensch oder der Stadtmensch? Ich bin in der Natur aufgewachsen, okay? Ich bin in einem Dorf geboren und es ist alles Wald gewesen um mich herum. Zehn Minuten Autofahrt links Wald, zehn Minuten Autofahrt rechts Wald. Das waren die einzigen zwei Wege, die rausgeführt haben. Ich mag es. So als Kind, finde ich, ist Natur unglaublich toll. Ich habe super, super gerne im Wald gespielt und irgendwie so eine Basis gebaut und halt solche Sachen. Und ich fand das super. Aber mittlerweile, muss ich sagen, finde ich Stadt schon praktischer. Weil man halt auch nicht so ewig zu allem hin braucht. Also ich wohne ja mittlerweile in der Stadt, weil ich hier zum Studieren hergezogen bin. Und das ist schon besser irgendwie. Frag Ronja, spielst du auch Privatgames oder nur für YouTube? Und wenn du auch privat spielst, spielst du auch andere Games als Minecraft, Scribble und so weiter? Ja, ich spiel privat auch. Ich spiele mittlerweile tatsächlich nicht mehr so viel. In meiner Abi-Zeit habe ich unendlich viel gespielt. Das war nicht mehr feierlich. Mittlerweile ist es mehr sowas wie, ich spiel ab und zu eine Runde Auto-Chess oder halt jetzt TFT. Also falls ihr das nicht kennt, das sind League und Dota-Extraspiele quasi. Ist ja auch egal. Ab und zu spiel ich Counter-Strike. Habe ich früher deutlich mehr, mittlerweile auch noch kaum. Normales League habe ich früher super, super viel gespielt. Ja, also tatsächlich gerade nicht so viel, aber hin und wieder schon. Hast du dir eine dritte Katze gekauft oder hat Jovi weißes Fell bekommen? So, die Rede ist wahrscheinlich von dem kleinen Fratz hier. Die heißt Nala. Das ist offensichtlich nicht Jovi. Sie ist ein Mädchen. Und sie ist sehr niedlich. Und sie ist auch noch ganz klein. Die ist jetzt erst zwölf Wochen alt. Also ja, ich habe eine neue Katze. Wir mussten leider Buki weggeben, weil Buki sich überhaupt nicht mehr mit Jovi verstanden hat. Und sie sich die ganze Zeit nur geprügelt haben. Und Buki wurde immer stärker und immer stärker und immer stärker. Und Jovi halt nicht. Deswegen war das ein bisschen unfair, das Ganze. Und dann haben wir ihn leider... Ich war super traurig. Ich habe den ganzen Tag nur geheult, ohne Mist. Aber ja, es ging halt nicht anders im Prinzip. Und jetzt hat er... Die Frau, der wir den quasi abgegeben haben, ist super, super lieb. Und hat mir auch Bilder geschickt danach noch, als er sich eingelebt hatte. Und ja, von daher weiß ich, dass er in guten Händen ist. Aber es ist trotzdem schade. Aber ja, ich habe jetzt eine kleine neue, damit mein Jovi nicht alleine sein muss. Und genau, das ist die hier. Frage Onja, was hältst du von Österreich? Ich war ja neulich in Österreich, die das nicht mitgekriegt haben. Ich habe das auf meinem Instagram ein paar Bilder gepostet. Mein Instagram ist auch nochmal hier eingeblendet. Also, falls ihr das angucken wollt. Ja, ich war mittlerweile in Österreich. Und ich finde es echt schön. Also, ich war in Wien. Und ich war früher tatsächlich immer mit meiner Familie... Also, mit meinem Dad und meinem Bruder zum Skifahren. Meine Mom war nie so der Skifahrer. Deswegen ist sie ab und zu nicht mehr mitgekommen, sondern mein Opa. Ja, Österreich ist nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt. Es sind auch nicht... Ich, okay, meine... Weil ich halt nur Ski gefahren bin, habe ich halt gedacht, okay, das sind halt alles Berge. Aber in Wien sind tatsächlich keine Berge, überraschenderweise. Und das war voll cool. Ich war halt Eis essen. Und die ganze Eisdiele hat richtig, richtig viel so vegane Eissorten angeboten. Und wirklich, also nicht nur so 1, 2 Alibi-mäßig, sondern so ein komplettes Eisregal. Voll mit vegan. Und das war richtig lecker. Von daher, allein dafür muss es schon Schlusspunkte geben. Frage auch mir, wen magst du lieber? Flo, Tops oder Julian? Das hat 122 Daumen hoch. Jedes einzelne Mal, wenn ich sage, ich mache ein Q&A, stellt mir Fragen. Komm, so eine Frage. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ja, ich meine, momentan mache ich wahrscheinlich tatsächlich am meisten eher mit Tops. Aber das ändert sich halt. Letztes Mal habe ich, glaube ich, gesagt, ich mache am meisten mit Flo. Also, das ändert sich halt. Keine Ahnung. Aber es ist jetzt auch nicht so eine krasse Abstufung. Ich hasse den einen, ich mag den anderen super gerne. Also, es ist halt so ein Level. Also, ja. Ihr müsst das nicht mehr fragen, okay? Wir sind alle Freunde. Äh, Frau Conja, wie ist das so mit Babykätzchen und hast du schon irgendwelche Beschwerden? Nein, abgesehen davon, dass sie unheimlich süß sind und morgens zu einem ins Bett springen und mit einem schmusen wollen und du dann nicht aus dem Bett kommst, weil du eigentlich zur Uni musst, aber du kannst nicht, weil die Kätzchen auf dir liegen und schnurren und mit dir kuscheln wollen. Das ist halt unheimlich schwer, zu sagen, okay, jetzt geh weg, ich muss aufstehen, weil du willst schon morgens generell nicht aufstehen, okay? Es ist kalt draußen. Okay, es ist nicht unbedingt kalt draußen gerade, aber du liegst gemütlich unter deiner warmen Decke. Du bist eingekuschelt, du bist auch ein bisschen müde noch. Und dann kommt zusätzlich noch der Kätzchenpunkt hinzu. Es ist sehr, sehr schwer, morgens aufzustehen, gebe ich zu. Äh, Frau Conja, machst du mit Castle 44 mal endlich ein Roblox-Video? Vielleicht auch mit Hubs. Ich habe einen Haufen Roblox-Videos schon gemacht, auch mit den beiden. Äh, ich kann hier irgendwo eine Playlist einblenden, falls das geht. Falls nicht, dann schreibe ich es in die Infobox. Könnt ihr euch das angucken, wenn ihr Interesse an Roblox-Videos habt. Frau Conja, was studierst du und was ist dein Lieblingsoutfit? Ähm, ich studiere Psychologie und mein Lieblingsoutfit... Ja, gute Frage, nächste Frage, ne? Ich bin nicht so der krasse Modetyp, okay? Ich wollte zwar früher Modedesigner werden, aber mittlerweile sind meine Outfits einfach alle schwarz, weiß, grau. Ähm, ab und zu so ein braun-beige jetzt mittlerweile, okay? Ich habe meinen Horizont erweitert und halt Jeans. Oder schwarze Hosen oder weiß noch wo. Und halt irgendwas, was in meine Farbpalette passt. Ich glaube, das einzig Bunte, was ich tatsächlich besitze, sind Jeans. Also, ja. Irgendwas davon. Frau Conja, was ist deine Lieblingssüßigkeit und wie oft isst du sie? Ich glaube, meine Lieblingssüßigkeit sind so selbstgebackene Schoko-Cookies, die gerade aus dem Ofen kommen. Aber die so richtig halt so noch warm sind, wo so geschmolzene Schoko-Stückchen drin sind. Und wenn man die so bricht, sind die so ein bisschen matschig innen drin. Wisst ihr, was ich meine? So wie diese Subway-Kekse quasi. Nur halt, sie werden halt nie so genau wie Subway-Kekse. Aber das Prinzip ist ähnlich. Ich glaube, das sind meine Lieblingssüßigkeiten. Die esse ich halt nicht oft, weil ich bin oft zu faul, Schoko-Cookies zu backen. Aber wenn sie da sind, esse ich sie sehr schnell auf. Äh, frag Conja, willst du später Kinder? Wenn ja, bringst du ihnen dann Minecraft bei. Äh, später in der Zukunft, klar, will ich schon irgendwann mal Kinder. Aber ich meine, ich bin jetzt 20. Also würde ich mir davon gerne noch so ein bisschen ein paar Jahre lassen. Ähm, ein Jahr, bringst du ihnen dann Minecraft bei. Mal sehen. Also wenn sie Minecraft spielen wollen, dann klar, warum nicht? Frag Conja, kann man dich mal irgendwo treffen? Gamescom oder so? Und kannst du mal ein Katzen-Video machen, wo du ihren Tagesablauf erklärst? Und ein paar süße Bilder einblendest? Äh, klar, kann ich machen. Sicher, wenn ihr das wollt, dann, äh, warte, ich kann, okay. Das kann ich, das weiß ich tatsächlich, dass ich das kann. Ich kann so eine Abstimmung hier einblenden und dann könnte ich sagen, ja, wir wollen ein Katzen-Video. Oder, nein, hör auf, Katzen-Videos zu machen. Wir wollen keine sehen. Ähm, genau. Und das kann ich machen. Und zur Gamescom gehe ich dieses Jahr, wie gesagt, nicht. Also, leider eher nicht. Frag Conja, bist du tätowiert oder hast du schon mal ein Tattoo gedacht? Ähm, nein, bin ich nicht. Ich, 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 ich glaube, nein, ich glaube, es wäre mir zu ein großes Commitment. Ich glaube, ich würde nichts haben wollen, was permanent auf meinem Körper ist. Das würde mich, keine Ahnung, die Entscheidung ist halt schon eine größere Entscheidung. Und ich habe momentan nichts, wo ich sagen würde, oh, das hätte ich gerne. Und ich will nicht ein Tattoo haben, um ein Tattoo zu haben, falls ihr wisst, was ich meine. Deswegen, äh, nee. Frag Conja, wie sieht es bei dir mit einer Beziehung aus? Du musst es nicht beantworten, nur wenn du willst. Falls ihr es nicht kennt, ich habe mal ein Video gemacht, wo ich euch meinen, äh, Freund, jetzt Ex-Freund, äh, vorgestellt habe. Also, ich hatte eine relativ langjährige Beziehung, so zweieinhalb, drei Jahre war das ungefähr. Ähm, der wohnt tatsächlich auch noch hier, sucht sich gerade eine neue Wohnung. Aber wir haben uns mittlerweile vor nicht allzu langer Zeit getrennt. Also, ja. Ich glaube aber, was mein Beziehungsleben angeht, da war ich ja relativ offen und habe irgendwie so, ja, hier und mein Freund und mir, mir, mir. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt von Zukunft an handhaben möchte, was ich in die Öffentlichkeit stelle und was nicht. Aber, äh, ja, also wir haben uns getrennt. Wir sind aber noch gefreundet, also alles gut, keiner ist traurig. Von daher ist das halb so schlimm. Und genau, das ist mein aktueller Beziehungsstand. Das war es dir doch auch mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann, äh, lasst einen Daumen hoch da. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bist du niedlich, Babykatschen? Bist du niedlich? Haha, tschüss! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020